Oh Gott, wie mache ich das denn? Nein, sie springt nicht da dran. Oh, da müssen wir zurückreisen zum anderen Wegpunkt. Aber wir haben hier keine Verknüpfung. Ja, das geht. Juhu, sehr schön. So, da hoch müssen wir, glaube ich. So, dann müssen wir in die Richtung. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Nein, bitte nicht. Okay, das ist gar nicht einfach. Aber es hat einen angenehmen Schwierigkeitsgrad, muss man sagen. Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht, nicht nach oben laufen. Bitte da lang laufen, danke. Sehr schön. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, an das Laufen. Aber das geht. Ja, den Papagei. Jetzt kann ich hier bestimmt runter, ne? Sehr schön. So, dann dürfen wir jetzt haben, ne? Alles. Ja, geil. Okay. Äh, dann mache ich hier eine schnellere Reise hin. Weil das, dazwischen haben wir ja schon alles gehabt. Okay. So. Günther. Rekadella, ich komme. Bade, Rekadella. So. Ähm. Jetzt müssen wir schauen. Das war zwischendurch immer Dings nutzen. Oh, wie cool ein Karussell. Das ist ja geil. Voll schön. Kinder, kommt her. Ich will auch mitfahren. Hä? Hä? Wie cool das einfach ist. Ich könnte das einfach ausmachen jetzt. Also meine Kamera ausmachen einfach nur so. So, das war's für heute. Einfach gucken. Die Musik dabei, ne? Voll verträumt. Ist einfach, ich... Ich komme nicht von ab. Ist voll das geile Spiel. So, ich glaube, wir müssen da oben hoch mit dem Pferd. Der Gerd hat ein Pferd. Höp. Nein, nein, nein. Uah. Uah. Das war fast richtig, glaube ich. So, warte. Kannst du mal nochmal runterkommen? Oh, nein. Das ist tricky. Da drauf zu kommen. So, jetzt aber. Das war noch ein bisschen. Dann müsste es eigentlich klappen. Ja. Wenn ich dann mal dahin fliegen würde, dann... ...würde das auch gehen. So, jetzt aber. Muss ich das Pferd nutzen? Oder kann ich auch? Ich wollte gerade sagen, es muss auch so gehen, ne? So, vorsichtshalber mal rufen. Aber anscheinend... ...geht's erstmal hier weiter. Ich gucke gleich mal auf der Karte. Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Woa, ruckel, ruckel. Es lädt das Spiel. Oh. Geschäftsbezirk. Heißt für uns... Ich gucke mal auf die Karte. Okay. Wir stehen kurz vor einem. Ne? Da ist einer in der Nähe. Jetzt hier vorne. Der ist da unten. Oh Gott. Hilfe. Ah, okay. Krass. Geschäftsbezirk. Aber die... ...die Stadt haben wir jetzt durch, ne? Kriegen wir den Stadtbilder noch von der einen Geschichte gerade? Kriegen wir die auch woanders? Oder muss man die suchen? Was ist das denn hier? Aha. Glas war das. Okay. Glas. So. Versuchen wir mal, Dings zu holen. Sehr schön. Liguan. Hat nichts mit Lego zu tun. Ähm... So, das müsste der gewesen sein, ne? Ja, sehr schön. So, gleich links unten ist einer irgendwo. Karussellfahrt. Karussellfahrt. Huch, was? Oha. Karussellfahrt macht mich wahnsinnig. So, der ist da rausgebrochen gekommen, ne? Schubidupidu. Ach ne, das sind die Tentakel. Ich dachte, das wäre das Öl. Aber wir kommen, glaube ich, dem... ...uns einen Schritt näher. Es müsste gleich, glaube ich, auch... Oh, geil. Günther und Frikadella. Ne, zweimal Frikadella. Alter, dreimal. Ich hab Hunger. Oh, wo gehen die hin? Ähm... Erinnerung freigeschaltet. Ach, guck mal, der Jungemann, den wir schon kennen. Und ein älterer Herr am Brunnen, irgendwo im Geschäftsviertel vielleicht? Im Hintergrund das Geschäftsviertel vorne. Die Stadt wahrscheinlich noch hier vorne links. Er ging nach Hause. Er öffnete das Fenster. Und arbeitete im Garten. Und sein Vater hilf ihm. Vermute ich jetzt mal. Okay, also, das gehört zur Stadt. Alles klar. Okay. Gut, damit ist die Frage auch beantwortet. Ähm, wo ist denn... Wo ist denn die nächste Ding? Sind wir vorbei? Nein. Okay, müsste aber gleich kommen. Zwei Stück. Ich will nichts verpassen. Macht voll Laune. Da, ich seh's. Oder? Ne, doch nicht. Wohin zeigen die denn? Oder zeigt der? Ach, da die Vögel. Wat? Haben wir die auch befreit. Sehr schön. Nice. Damit konnten wir die ablenken. Alles klar. Supi. Und wieder ein paar Bäumchen. Oha. Dahinten scheint jemand zu sein, den wir wieder befreien können. Aber auch... Es muss doch so langsam jetzt die Dings kommen, ne? Okay. Aber flexig kann ich mehr was... Nein, was? Oh. Und weg. Okay, ich dachte mir, okay, alles klar. Man darf also auch nicht zu nah an den Hintai-Tentakeln sein. Ich kriege nicht. Patsch. So. Oh, das ist aber ein größerer Gegner. Donnerwetter. Der wird, glaube ich, nicht so einfach sein. Das Herz zerbrechen beim Kontakt mit Schilden. Finde Wege von hinten zu erlösen. Was? Okay. Haben wir. Die Geschichte geht weiter. Er ging nach Hause. Öffnete das Fenster. Die Vögel flogen weg. Er arbeitete im Garten mit seinem Vater den ganzen Tag. Und sah eine hübsche Frau. Wir wissen alle, worauf das hinausläuft. Und er... Und sie heirateten. Und... Haben wundervolle Kinder, wundervolle Jahre. Und dann geschah etwas Schlimmes. Wir wissen alle, worauf das hinausläuft. Lass mich raten. Wir müssen... Da unten? Aber wo geht's denn hier hin? Hier geht's ja auch irgendwo hin. Wenn ich... Wenn ich dann mal... Ich meine, wir können ja... Nach unten können wir ja immer, ne? Nach unten wird's schlimmer. Ich gucke. Entschuldigung. Das ist mit dem Fallen da. Okay, pass auf. Äh... Ich probier mein Glück. Nein. Ich bin tot. Okay. So. Ich glaub noch... Hoppala. Wieso hab ich jetzt so einen Schnüpfel kennen? Dann holen wir uns erstmal da... Das Ding hin. Müssen nur aufpassen auf die Hentai-Tentakeln. Dass sie uns nicht wegkrabbeln. Uah. Entschuldigung. Das ist so gut. Der Gärtner ist immer ein Mörder in der Geschichte. Ja, stimmt. Es nimmt... Es nimmt ein böses Ende. Die schöne Musik ist weg. So. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Dass wir vielleicht hier... Äh... Irgendwie das ein bisschen besser handhaben. Nein. Wow. Nein. Da war ich zu schnell. Und ich starte wieder oben. Nein. Ernsthaft? Und ich bin tot. Wäre ich mal unten geblieben, hätte ich das vorher gemacht. Nein. Boah. Huah. Das geht... Man kommt nach unten, ne? So ist es nicht, also... Nein. Willst du mich verarschen? Der wollte mich schon... Nein. Huah. Huah. Der wollte mich schon festhalten. Die einen Tentakel hat mich schon gehabt. Habt ihr gesehen? Alter Schwede. Lass mich in Ruhe, Mann. So, ein Vögelchen. Haben wir. Erstmal streicheln. Wir können ja auch winken, ne? Hallo. Voll schön. Äh... So, warte. Rennen. Und... Los. Huah. Das ist noch nicht gut. Ne. Aber wir haben es, ne? Ich... Eigentlich wollte ich nachgucken. Aber ich glaube, wir haben den. Ich glaube, der da unten ist, äh... Fertig. Gut. Was ist hier? W-w-w-was? Warum? Okay. Voll schön. Baukräner. Geißel der Menschheit. Überall wird gebaut. Höher. Weiter. Größer. Komplexer. Schwerer. Die Menschheit will immer weiter hoch hinaus. Immer weiter. Doch wo wollen sie noch hin? Ne? Ja. Ich denke, wir müssen die Kräne entlang. Ich würde trotzdem gerne einmal gucken auf die Karte. Genau. Da unten rechts müssen wir jetzt lang. Das heißt, wir werden wahrscheinlich jetzt Richtung... Dings kommen. Also Richtung einem... Ja, wo? Da oben. Okay. Donnerwetter. Donnerlidchen. Aber ich finde es gut, dass der Zug noch fährt. Also... Da ist es. Rechts. Ich sehe es. Boah. Jetzt mal beeilen. Schnell wie der Wind. Supi. Yes. Oh, der Marienkiefer. Oh, wie schön. Wie viele fehlen denn noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Stück fehlen noch. Dann haben wir es. Boah, das sieht auch mega cool aus. Schaut euch das mal an. Voll cool. Auch wenn das total übertrieben ist. Also, okay. Typisch Menschheit halt, ne? Alles so verbaut und tralala. Puh. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, da wahrscheinlich, ne? Warte auf mich. Uah. Nein. Uah. 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 Okay. Oh, Alter. Donnerwetter. Oh. Okay. Voll schön. Muss ich einfach so sagen. Das Spiel ist mega schön. Mega cool. Boah, wie soll ich das schaffen? I came in like a rape. Okay, das muss ich gut timen. Das ist aber, hu. Donnerwetter. Oh, nein. Okay, das ist aber, puh. Das wird aber ein. Das ist aber echt schwierig einzuschätzen. Das ist aber, puh. Donnerlittchen. Okay, puh. I came in like a wrecking ball. La, 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 la. So. Ach, wie schön. Guck mal. Wie dieses typische amerikanische Bild, wo die auf dem Träger sitzen. Das ist bestimmt so eine Hommage da dran, ne? Wie heißt das? Dieses Bild heißt, hat doch einen bestimmten Namen. Ich komm nicht drauf. Wo die Bauarbeiter doch da oben sitzen. Ah, wie heißt das nochmal? Top of the Rock. Ja. Heißt das so? Wo muss ich jetzt hin? Okay. So, wir haben blau und wir haben, okay.